Ja, okay, jetzt steht bei dir 19 MB. Perfekt. Okay, gut. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Wie schmeckt dir das? Gut, geht's? Wieder ein bisschen ASMR. Ah, geil. Geil. Schöner Tag heute. Wirklich schöner Tag. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich heute wirklich sehr gefreut. Unsere letzte Episode hat direkt 100 Views gekriegt, innerhalb von ein paar Stunden. Naja, wenn er gut, dann geht's schon. Pippi fein weg, Alter. Und, deine Frage kann ich auch beantworten, wenn wir das letzte Mal gefragt haben, oder gesagt haben, wie viele Frauen uns eigentlich zuschauen. Rate mal kurz, wie viel, also von den Prozenten, wo sind wir? Männlich, weiblich? Geschmeidige 50-50, was meinst du? Knapp 100% mehr. Ja, die Burma, die Burma sind schon da. Auf Pippi fein. Geht schon gut. Also, Jungs, schön, dass ihr mit dabei seid. Aber die Damen, falls ihr irgendwie doch euch hierher verhört, ihr seid natürlich auch herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wir brauchen natürlich auch einen femininen Touch. Ich meine, wir haben schon Johannes, mich auch, aber... Der Eierkopf wollte vorher... Das fand ich geil, Alter. Da kam direkt der Konter. Er wollte heute über was ganz Spezielles reden, weil er jetzt schon die 100 Views sind immer ein bisschen zum Kopf gestiegen. Er hat schon die nächsten Sponsoren im Kopf. Er weiß schon ganz genau, welchen Sponsor das er haben will. Beauty-Marken. Er wollte L'Oreal als Marke haben, weil er gemeint hat, das ist toll wegen meiner Frisur. Dann kann ich schöne Videos drehen und erklären, wie man die Haare macht. Habe ich nie gesagt, aber ist okay. Den merke ich mir für den nächsten Anfang, Alter. L'Oreal habe ich nie gesagt. Ich weiß nicht einmal, wie man es schreibt. Du, egal. Fangen wir an. Fangen wir an. Los geht's. Thema heute. Sven? Ey, ich habe gesagt, ist es bei... Die Frage habe ich wirklich gestellt. Ist für dich Florida Endstation? Oder würdest du sagen, du ziehst nochmal woanders hin? Wann, warum sollte ich woanders hinziehen? Was ist die Voraussetzung, dass ich woanders hinziehen sollte? Weiß ich nicht. Vielleicht hast du ja im Kopf, dass du sagst, ey, ja, für jetzt für jetzt ist es geil, aber im Kopf habe ich schon, weil ich habe da schon ein paar Pläne im Kopf, aber was ist bei dir? Würdest du echt sagen, that's it? Also für mich persönlich ist Florida auf jeden Fall, ich weiß nicht, Endstation klingt so negativ, also Endstation will ich nicht sagen, aber es ist schon die final destination. Also das ist jetzt, Florida ist für mich mein neues Zuhause. Ich war jetzt schon, ich war jetzt schon, in Kalifornien habe ich schon gelebt, ich war auf Besuch in relativ vielen Staaten, also eigentlich nicht in vielen Staaten, aber in vielen, wo ich mir gedacht habe, da könnte ich mir was vorstellen, wo ich mich aber nicht wohlgefühlt habe. Eines war zum Beispiel Nevada. Nevada war ich einmal dort, ein paar Freunde von mir haben in Nevada Häuser gekauft, aus, you know, specific reasons, also for specific reasons, nämlich Steuern. Es ist noch immer komplett nah an Kalifornien, du hast aber weniger Steuern, du zahlst 13% weniger Steuern. Das heißt, wenn du eine Mille machst in Kalifornien, zahlst 130.000 mehr oder du ziehst eine Stunde einfach nur über die Grenze, bist dann in Nevada und zahlst 130.000 weniger. Was noch dazu kommt, ist in Kalifornien kostet, ich sage jetzt einmal, ein normaler, ich will nicht sagen, ein normaler, da komme ich dann gleich wieder in die Schiene, wo ist das normal, ein Haus, wo du drinnen wohnen willst, unser altes Haus, das was du gesehen hast, in Kalifornien kostet 3,5 Millionen. Das gleiche Haus über die Grenze drüber kriegst du um 1,5. Nur, dass du eine grobe Idee hast. Das heißt, du zahlst weniger Steuern drüben und kriegst dafür mehr für dein Geld. Natürlich sind dann viele, die jetzt noch immer im Schauspiel sind und in Hollywood tätig sind, die müssen natürlich nah dort sein. Das heißt, die wollen dann in Nevada wohnen und dann fahren sie, weiß ich nicht, erstens können sie rüberfliegen in einer Stunde, nicht einmal eine Stunde, weniger, glaube ich, eine halbe Stunde rüberfliegen, und bist gleich direkt in Burbank oder du fährst 3 Stunden mit dem Auto und bist auch wieder in Hollywood. Aber für mich persönlich, Florida macht einfach am meisten Sinn. Es ist nicht nur, dass wir da Familie haben, also von der Amanda ihre komplette Family wohnt da, ihre zwei Schwestern, die Mams, ihr Papa. Meine Mams wird eh jetzt dann bald zu uns herziehen, also das ist ja mein Ziel. Florida ist einfach geil, direkt am Wasser, natürlich viel sagen, get the Hurricanes. Wenn du irgendwo anders bist, hast du halt irgendwas anderes oder hast Erdbeben oder hast andere Probleme. In jedem Staat, in jedem Land gibt es spezielle Probleme. Und das ist halt da das Problem. Wenn du dich aber darauf vorbereitest, nach Hause kaufst, das war eine CVS-Struction ist, du hast ein geiles Dachl drauf, du machst sicher, dass du auf einer hohen Elevation bist, dann hast du kein Problem. Sicher, natürlich. Also wenn Gott dich nicht mehr will und sagt, oder wenn Gott dich schneller haben will bei ihm, dann holt er dich. Aber wenn du dich gut vorbereitest, wird eigentlich alles gut sein. Also für mich, ja, Florida. Was bei dir? Also Miami, auf jeden Fall, also dass wir da ein bisschen mehr Action auch zusammen machen können. Das auf jeden Fall steht fest auf der Liste, steht wieder hier oben auf dem Vision Board safe. Aber ich muss auch sagen, ich hätte es schon gern so, dass ich so ein paar Häusle verteilt überall hätte. Häusle, und damit meine ich schon ein paar so gut. Also das klingt jetzt schon blöd, aber schon ein paar Multimillionen Häusle wären schon gut verteilt auf der ganzen Welt. Lass mich, okay, gut, ich mache jetzt nicht deinen Traum runter, wenn das dein Traum ist, geil. dann lass es halt auch. Aber jetzt, ich habe jetzt Fragen. Wo willst du die Willen haben und warum? Ganz einfach. Miami, Sizilien, Mallorca, Ibiza, aber auch in, was weiß ich, vielleicht in, den Rest überlege ich mir noch, aber das werden mal die ersten Stellen. Aber in München wäre auch nicht schlecht, wenn man noch nicht... München auch noch was, okay. Ist sackenteuer. Also wir reden schon von sehr viel Budget, was man dafür braucht. Ist ja möglich. Da frage ich jetzt mal den Real Estate Gott hier an meiner Seite. Ist das realistisch oder ist das eine saudumme Idee? Realistisch? Ja. Kannst du es dir erarbeiten? Absolut. Ist es geil? Vielleicht. Also für mich persönlich, ich weiß nicht, ob du weißt, was ein, sagen wir jetzt mal, ein 8 Millionen Dollar Haus im Monat kostet. und ich kann aus Erfahrung sprechen. Ich habe es ja, ich sehe es ja jeden Tag bei dir. Also allein bei eurer Bude da, du bist ja, da müsst ihr ja, also die Arbeiter sind ja konstant am Hackeln. Wir machen ja jetzt, während die arbeiten, sind wir jetzt gerade im Podcast, damit wir das Hammernet drin haben. Richtig, richtig. Nur, dass du mal, nur, dass du mal eine grobe Vorstellung hast, was du, womit du rechnen kannst. Das ist nämlich auch was, was viele Leute nicht wissen, die sagen, ich will eine fette Bude haben, ich will das haben, und ich will das haben, und ja, ist schön und gut, 10 Millionen Dollar Bude, geil, finde ich auch geil, ist ein Lifestyle, kann man sich gönnen, wenn man es will, wenn man es auch liebt, dann ist es geil. Man muss aber wissen, dass du Angestellte brauchst. Du brauchst einen Gärtner, weil du kannst ja nicht um ein Acre selber kümmern, dass das alles live und ausschaut. Du brauchst einen Pool-Guy, weil du kannst ja nicht um drei Fountains und einen Pool kümmern. Du kaufst ja nicht um die fünf Klimaanlagen, die du im Haus hast kümmern, außer du bist arbeitslos und kümmerst dich nur ums Haus. Dann geht's. Nur dann fötterst du das Geld, dass du was anderes machst und dann hakelst du den ganzen Tag nur fürs Haus. Du brauchst auf jeden Fall Angestellte und die arbeiten auch nicht gratis. Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, jeden Tag ist irgendwas hin. Am Anfang, wie ich mein erstes Haus gekauft habe, weiß ich nicht, wie lange das her ist, da hat es mich geärgert. Da habe ich mir gedacht, das gibt es ja nicht, das ist komplett neu, Katastrophen 2019, das Haus in Los Angeles, was wir uns gegönnt haben da. Das war brandneu und trotzdem war ein kleiner Fehler. Die ganze Zeit, das ist hier nicht gewesen, das ist hier nicht gewesen, ah, das funktioniert nicht, Kühlschrank ist im Arsch. Warum? Ne, ist eh eine Warranty drauf, tauschen aus, aber trotzdem, Zeit, schon wieder. Und da das. Und jetzt was? A Pool League, geschleucht dich. Und das Dachl, na Arsch. Und da, fuck, warum geht das Internet schon wieder nicht? Aua, da. Und die ganze Zeit ist irgendwas los. Es gibt keinen einzigen Tag, wo das Haus perfekt ist und nichts zum Machen ist. Es ist ja ein voll, also, es ist immer, wie sagt man, eine Sisyphusarbeit. Die hört nie auf. Da geht es immer weiter. Ist aber kein Problem. Wo jetzt bei dir das Problem sich ist, du hast das noch nie gehabt, dass du ein Haus hast, was da, ich würde sagen, am Arsch geht, aber viele, viel Arbeit mit sich bringt. Ja. Und jetzt, wenn du sagst, du willst vier, fünf Häuser haben in verschiedenen Ländern, wo du hinfliegen musst, das bedeutet, du brauchst nicht nur Angestellte für jedes Haus, du brauchst auch einen Hausmanager, in jedem Land. Das heißt, du hast einmal Fixausgaben fürs Haus. In Amerika hast du noch Property Taxes, Insurance drauf. Nur, dass du das Haus hast, dann musst du auch. Und du musst natürlich auch das Wasser laufen lassen und so weiter und so fort, dass die Pipes nicht kaputt werden. Klimanlage muss an sein, sonst wird, sonst hast du Dampness, Moisture im Haus, dann kriegst du Mold, das ist alles Arsch. Das heißt, du hast durchgehend Kosten. Das heißt, wenn du fünf Häuser, so Multimillionen, sagen wir jetzt, du wirst fünf Häuser haben, die kosten 50 Mille, so wie das du gerade beschrieben hast, deinen Traum. Du hast gesagt, du wirst fünf Häuser im 10 Millionen Bereich haben, ne? Machen wir mal 50 Mille. Schau, das ist auf dein Kopf. Ja, aber da kannst du schon mal locker rechnen mit Management. Zwischen zwischen 50 und 100 Tausend im Monat wirst du für alles schon ausgeben. Mit Property Taxes, Insurance und so weiter. Da ist aber als Minimalster wieder gerechnet. Wenn du da irgendwas Orges willst, kannst du schon höher rechnen. Also nochmal, ist es möglich? Ja. Macht es Sinn? Für mich, ich bin sehr konservativ. Sehr konservativ. Ich schau alles zehnmal an. Bevor ich irgendwo was ausgebe, schau ich alles zehnmal an. Denk mir, was macht mehr Sinn? Amanda und ich wollten unser Haus in Colorado kaufen. Dann sind wir hingeflogen, zweimal. Aspen haben wir gesagt, Weltklasse. Aspen muss ich offen und ehrlich gestehen, bin ich noch nicht, ab dem Level bin ich noch nicht. Da kostet eine kleine Bude 15 Mille. Die ist aber so groß, Da kriegst du nichts für 15 Mille. Und alt und schierig. Also Aspen muss ich halt noch ableveln. Was ich aber draufgekommen bin, ist folgendes. Ich will gar nicht mehr ein Haus dort kaufen, weil es mir durchgerechnet hat, was kostet mich, da schneit es relativ oft. Ich muss jeden Tag, wenn es viel schneit, einen hinschicken, der den Schnee vom Dach runterhaut, sonst das Gewicht kann mehr oder weniger das Haus eindrücken, weil es einfach so viel Schneidzeit weiß. Dann brauche ich einen Salzstreuer, dann brauche ich das, dann brauche ich das. Die Pipes müssen die ganze Zeit aufgedreht werden, weil wenn es eiskalt ist und friert draußen und keiner verwendet das Wasser, friert das ein und das wird extrem viel Kopfweh den ganzen Tag. Für ein Haus, das ich vielleicht drei Wochen, vier Wochen im Jahr benutze. Dann habe ich mir ausgerechnet, was kostet es mich, wenn ich einen Monat im Jahr nach Aspen fliegen will und ich miete mir ein Airbnb an für einen Monat. Kostet mir 40.000. Habe ich aber null Schädelweh. Das heißt, statt dass ich mir eine Bude kaufe um 20 Mille und dann kostet mir das 20.000 im Monat und ich habe Schädelweh den ganzen Tag, habe ich lieber nichts drüben und gebe einmal 40.000 aus und denke mir, fertig, war dort jetzt ein Monat und das war's. Aber nochmal, ist ja dein Traum. Lass meinen Traum in Ruhe. Aber was ich auch bei dir gesehen habe, ist einfach so dieses, du hast es mir ja auch schon ein paar Mal gesagt, dieser Stress, den du eigentlich hast, finde mal gute Mitarbeiter und du musst eigentlich vor Ort sein. Das hast du zu mir gesagt, da erinnere ich mich dran. Da hast du auch immer wieder mal so Stress gehabt, weil irgendwelche Leute, nur wenn du daneben stehst, wirklich clean arbeiten und da musst du dir wirklich in den Arsch treten. Das stimmt schon, ja. Es ist sehr schwierig, ich weiß nicht, wie es früher war, aber für mich, in meiner Position, wo ich jetzt bin, ist es extrem schwer oder schwierig, gute Mitarbeiter, gute Contractors, gute Business Partners zu finden, die dann sagen, die interessiert das genauso sehr wie die. Weil natürlich, wenn ich jetzt ein Haus vermiete und ich nicht der Manager bin, das haben wir einmal probiert, mache ich nie wieder mein Leben, nie wieder. Stell dir einmal die Dinge vor, du kaufst dir jetzt ein Haus, du liebst das Haus, du willst, dass das Haus perfekt behandelt wird und dann sagst du an anderen Typen, hey, kannst du mein Haus managen, dann musst du davon ausgehen, dass der an jeden Volltrottel in das Haus reinlässt, weil er macht nur Geld, wenn Leute drinnen sind. Wenn keine Leute drinnen sind, kriegt er kein Geld. Das heißt, sein Incentive ist, hau so viele Leute rein, das Haus muss durchgehend gebucht sein, wenn das empty steht, mache ich kein Geld. Das heißt, ihm ist es scheißegal, wer drin ist und wenn ich aber jetzt sage, oder wenn du jetzt sagst, hörst bitte, in meinem Haus keine Partys, maximal vier Leute, weil das Haus ist nicht groß genug für mehr, vier Leute dürfen da einziehen und das war's. Und wenn du jetzt Airbnb machst und dann kommt einer daher und sagt, ja, ich würde gerne meinen Geburtstag dort feiern, aber ich mache gar keine Party, wie viel kommen wir? 37 Leute. Ja, dann geh rein. Ich sage, geh rein, weil der denkt sich, wenn ich jetzt nein sage, mache ich kein Geld. Das heißt, entweder du musst ein System finden, wo du den Manager fix anstellst, hat aber auch wieder seine Downsides, weil dann hast du den fix angestellt, dann ist dem scheißegal, ob er überhaupt den rein hat, weil er kriegt sowieso was zahlt. Das heißt, du hast zwei, es gibt dauernd, das ist nämlich das Schwierige, wo du ihn finden musst, der motiviert ist, der loyal ist, wo du sagst, das ist fair, findest du das fair, dass wir das so machen und wenn er sagt, ja, finde ich geil, danke für die Opportunity, dann kannst du anfangen zu arbeiten. Wenn er aber sich, ich muss eigentlich nichts machen, ich bin ja voll angestellt, jetzt muss ich mir noch Krankenkasse, das und das und das alles zahlen, ich meine, ja, wurscht, ob da wer drin ist oder nicht, man hat ja schon fixe Anstellung, mir wäre ja gratis Geld für ihn. Andersrum wieder, ist ihm scheißegal, wer im Haus drin ist und dann hast du das Problem, weil wenn dann eine Party drin ist und dann sind 15.000 Dollar Schaden und du hast aber nur 7.000 für das Wochenende eingenommen. Ja. Ciao. Ich habe ja schon eine Lösung, also sozusagen, wenn ich dann so weit bin, Johannes, es ist schon, wenn ich frage. Achso, ja, 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 das ist, wie gesagt, in Mallorca und in Sizilien kann ich da nicht helfen, oder was du gesagt hast, ich kann da in Florida helfen. Miami, Miami, das ist kein Problem, das ist kein Problem. Da, da, da komme ich auf dich zu, Johannes, sagst, schießen das so aus, oder ist das super? Wir haben ja dieses eine, als ich da war, haben wir ja so, das eine Traumaus von mir haben wir ja schon mal angeschaut, das ist schon, für wie viel ist das weggegangen nochmal jetzt? Ich glaube 15.9. 1.000? Was, 15.000? 16.000. 15.000 Euro? Gut, machen wir. 16.000. Das war schon. Ich glaube, der ist betrunken heute, der junge Mann. Ne, aber das war, das war wirklich, spaßbar gesagt, aber das war wirklich, das war genau in meinem Stil, dieses neumodische, ich weiß, Florida ist ja eher dann, dieses klassische, man kennt das ja auch von, von Two and a Half Men und so, man kennt so ein bisschen diese, Häus am Strand ist nicht so mein Stil, aber dieses... Das war bei Kalifornien, Two and a Half Men. Was? Das war in Mali-Buch. Das war in Mali-Buch. Ah, deswegen sah es so ähnlich aus, okay. Mali-Buch. Na, aber dein Stil ist perfekt für Miami. In Miami bauen so viele neue Häuser am Wasser, die genau dein Stil sind. Also dieses ganz, ich nenne es diesen Miami-Stil. Also wirklich, wo du, und warum nenne ich es Miami-Stil? Weil das keine Häuser sind, wo du, ich persönlich, fühle mich da nicht wohl für, wie sage ich jetzt, Family-Time oder Kindererziehen oder was auch immer, ich fühle mich dort eher, ja, Raging, Party, geht schon kum, weil es einfach ist zu putzen, weil alles, alles weiß, Ding, zack, drüber malen, gleich wieder weg, keine kleinen Trinkets, gar nichts, es ist halt wirklich ein Partyhaus. Und das war genau eins, was bei dir auch, alles Fenster, Pool durchs Haus durch, unten vorbei, großes Pool direkt aufs Meer raus, geil, 7K Garage und ein Basketballcourt dahinter, ja, geil, Gas geben, war Pipi-Fan. Ich finde, ich muss sagen, also klar, wenn du jetzt sagst, dass andere Häuser mehr sich, sagen wir mal, häuslich anfühlen, dass du sagst, für Family, ich würde mich, glaube ich, tatsächlich dort sogar mit am Wurzeln fühlen, muss ich ganz ehrlich sein, aber ich sehe es jetzt gar nicht so als Partyhaus, klar könnte es sein, optimal auch, ach so, das meinst du, okay, jetzt hast du es verstanden, jetzt hast du es verstanden, okay, es könnte natürlich Partyhaus sein, aber ich glaube, dass ich mich in so einer Wohnung, weil es mehr nach mir, mein Stil ist, würde mich da, glaube ich, schon wohler fühlen, aber ich glaube, das ist so eine Stilfrage einfach. Ja, das ist ja jedem das Seine, deswegen gibt es ja so viele verschiedene Arten, Häuser, wohnen ist ja. Und vor allem, was ich geil finde halt, viele von den Häusern, wie bei euch, ist halt direkt am Wasser, das heißt, wir können einfach mal, jeder bei seiner Bude, haben wir ja schon gesagt, auf seinen Jetski steigen und wir treffen uns in der Mitte. Ja, das wäre geil. Das wäre richtig geil, das ist geil. Auf das freue ich mich, das dauert jetzt eh nicht mehr so lang. So wie du gesagt hast, der L'Oreal-Sponsorship wird dann eh nächste Woche reintrudeln. Warte, warte. Du musst sagen, Mann, du bist der. Geht schon los. Du bist der. Wenn wir jetzt bei dem Thema sind, hast du das Buch gelesen, Buy Back Your Time? Ich kenne das Prinzip, das Buch habe ich noch nicht gelesen, wir haben viel drüber geredet, aber vielleicht kannst du nochmal für alle, die es noch nicht, das Prinzip überhaupt nicht kennen, mal kurz erklären. Buch Review, Ding Dong, Buy Back Your Time. hat mir mein Broker empfohlen, ein Broker für all diejenigen, die das nicht wissen, ich bin ein Realtor und ich brauche einen drüber und das ist ein Broker. Das heißt, ich darf nicht ohne Broker arbeiten, ich habe eine Real Estate License, bin ein Realtor in Florida, brauche aber jemanden über mir, der mehr oder weniger auf mich aufpasst und responsible ist für mich. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas Illegales mache, ist er genauso dran wie ich. und mein Broker hat mir gesagt, kauf dir das Buch Buy Back Your Time und ich sage, warum sagt er erst, lies einfach, vertrauen wir, ist geil. Ich sage, ja, okay, passt. Haben wir direkt das Audiobook geholt, weil ich halt so viel im Auto sitze und da mal dumm war, gleich reingehört und ich glaube nach einer Stunde, weil ich höre mir das immer auf Speed 2, 2.0 an, also dass es relativ schnell durchgeht, das heißt, immer zwei Stunden in einer Stunde angehört und das Prinzip ist mehr oder weniger folgendes, wo er sagt, oh, ich will jetzt woanders hin mit dem Gedanken, ich stoppe mich nochmal, sorry für das Ganze, das Buch, im Auto hat angehört, geil, Heimkummer und Laundry gemacht, Heimkummer, Kopfhörer auf und Wäsche zusammengelegt und hört es an und er beginnt halt so und sagt, okay, buy back your time, warum ist das so wichtig, weil wenn du dir, egal welchem Business du bist, wenn du weißt, dein Stundenlohn ist 100 Euro die Stunde und du machst halt irgendwas, also du musst es halt ausrechnen, grob, was verdiene ich im Monat, auf die Stunden, die ich am Tag arbeite, rechne ich mir das durch, okay, passt, meine Stunde ist wert 100 Dollar oder 100 Euro im Moment, und dann schau mal, kann ich andere Sachen, wie zum Beispiel Laundry, während ich Laundry mache, höre ich im Kopf, sagt er, wie ich draufgekommen bin, bin ich bei mir in meinem Laundry Room gestanden und habe Laundry zusammengelegt und dann bin ich draufgekommen, dass ich gerade 100 Euro verscheiße oder 100 Euro nicht gemacht habe, weil ich Laundry gemacht habe. Dann währenddessen hat er im Internet nachgeschaut, ob er wen finden kann, der für 25 Dollar die Stunde vielleicht seinen Laundry zusammenlegt und er hat sofort wen gefunden und dann hat sich er gedacht, aha, geil, das heißt, ich habe jetzt, statt dass ich 100 Euro nicht gemacht habe, gebe ich 25 aus, während diese Person arbeitet, kann ich auch arbeiten und mir bleiben 75 Euro über, weil ich mache ja 100 Euro in der Stunde, bleiben wir 75 da, hast du mehr Geld gemacht mit deinem Beruf, den du liebst und hast andere Sachen outgesourced, andere Sachen, die nicht wichtig, also ich würde nicht sagen, nicht wichtig, die dir Zeit stehlen, um mehr Geld zu machen. Deswegen, buy back your time. Und wie ich das gehört habe und da drin gestanden bin und selber Laundry gemacht habe, habe ich auf einmal gedacht, ich bin eigentlich ein Trottl. Ich hätte jetzt in den eineinhalb Stunden, wo ich da Laundry zusammenlege, hätte ich schon wieder meine drei, vier Kunden anrufen können, hätte ich schon wieder schauen können, ob ich vielleicht ein neues Haus finde, hätte ich schon wieder mehr machen können und ein Haus verkaufen, kann man, weiß ich nicht, am Monat an Laundry zusammenlegen finanzieren, auf ganz depper gesprochen. Und da habe ich mir dann gedacht, ganz ehrlich, ja, muss ich jetzt machen. Zuerst bin ich mir blöd vorgekommen, weil ich mir gedacht habe, naja, ist das, das, na, ich mache das schon selber. Nein, das braucht er nicht. Bis ich draufgekommen bin, es ist nicht überheblich, oder es ist, weil ich habe sofort im Kopf gehabt, nein, ist überheblich jetzt, wenn jemanden eine Arbeit geben, dass der für mich die Wäsche zammelt, nein, so, so wichtig bin ich auch nicht. Bis ich draufgekommen bin, das hat mit mir gar nichts zu tun. Es ist gut für beide Parteien. Ein anderer Mensch verdient Geld. Ich helfe jemand anderem, also hilfe jemand anderem Geld zu verdienen und ich mache mehr Geld und dann kann ich dich wieder mit einem anderen anstellen, der noch mehr Geld kriegt dann, damit er in den Garten macht zum Beispiel oder irgendwas anderes macht. Weil wenn du alles selber machst, verdient keiner was und du aber auch nicht. Du kommst ja nicht vorwärts, ne? Ja, aber hör dir das nochmal an. Wenn du alles selber machst, verdient keiner Geld. Wenn du aber selber arbeitest und outsourcet, verdient jeder Geld. Jeder macht mit dir mehr Geld. Und das, da hat es dann einen Switch gemacht. Da haben wir gedacht, Alter, ich will noch mehr arbeiten, damit ich noch mehr outsourcen kann. Dann kann ich nicht nur mehr Leute anstellen. Denen geht es gut, weil die haben einen bombastischen Arbeitgeber, weil ich einfach immer zahle, sobald es fertig ist, zahlt. Ich bin nicht so, naja, jetzt warten wir ein bisschen. Bam, bam, bam. Geil einfach. Und deswegen, da habe ich dann auch mit dir geredet, wo ich gesagt habe, erst Sachen, die du outsourcen kannst, fang sofort an, das outsourcen. Zum Beispiel in deinem Fall editen, schneiden. Genau das haben wir ja gemacht, also für dieses neue Agency-Business, wo wir kurz Video-Production machen für Investoren oder andere Kunden. Da machen wir genau das. Ich habe einen Videografen dabei, der schneidet alles, produziert alles fertig und dann wird es eingeplant. Und so, wenn die Agentur wächst, das ist genau das Prinzip, deswegen ist es auch immer geil, dass wir darüber reden, aber ich habe gleich gesagt, okay, hey, lass es gleich umsetzen und es funktioniert super. Also da wirklich dann einfach schauen, okay, im nächsten Schritt holen wir dann vielleicht noch einen Social-Media-Manager rein, der das Ganze einplant und so weiter und so fort. Je nachdem, wie viel wir halt dann machen in dem Fall, wenn wir hochscalen, dann werde ich auch immer mehr outsourcen, weil das macht wirklich Sinn, weil dann kann ich mich auf die kreative Arbeit, auf die Ideen oder gerade den Kundenkontakt fokussieren und mit denen über Business sprechen und der Rest macht dann das Team. Das ist genau der Punkt, wo du einfach gut bist, du bist Moderator, du weißt, wie man mit Leuten, du hast einfach die Fähigkeit, mit Menschen zu sprechen, ohne dass du anfangs in den Stottern oder sonst irgendwas, das heißt, die Kundenakquise, wie sagt man es auf Deutsch? Ich kann nicht Deutsch. Akquise. Akquise, die Kundenakquise. das muss bei dir hängenbleiben, das kannst du nicht outsourcen, das machst du selber. Nur die drei Stunden, wo du jetzt bei einem Dinner bist oder da oder sonst irgendwas, kannst du schon drei Stunden irgendwen eine Arbeit verschaffen, dass der Videos schneidet, während du einen neuen Kunden an Land ziehst, denen das mehr oder weniger zeigst, was du drauf hast, dann bist du da drinnen, währenddessen arbeitet dein Business weiter, weil mehr Videos werden produziert. Wenn du jetzt daheim bleibst und einfach nur die Videos schneidest, dann hast du gar Zeit, dass du irgendwann nochmal neue Kunden kennenlernst. Und vor allem, ich bin ja kein Experte auf dem Gebiet. Klar habe ich tausende von Videos selber geschnitten, aber auf das Level zu kommen, wie ein Jan zum Beispiel, über den müssen wir so mal reden, was der Hund gerade macht, wie ein Jan oder andere krasse Videografen, Editoren oder sonst irgendwas, da bräuchte ich so lang dahin zu kommen. Kannst du auch nicht. Kannst du auch nicht. Dann werde ich nie so gut sein, will ich auch gar nicht, will, dass das jemand macht, der es wirklich drauf hat, weil ich das beste Ergebnis für Kunden will. Ja, richtig. Richtig, weil wenn du keine Passion dafür hast, dann wirst du nie so gut sein. Weil wenn einer jetzt den ganzen Tag nur schneidet und sagt, Alter, ich habe heute einen neuen Cut rausgefunden, schau dir mal das an, wie smooth das da rüber geht. So viel Passion habe ich fürs Schneiden gar nicht. Für mich ist, bitte mach ein geiles Video, ich will jetzt was anderes machen. Bei mir ist es auch so, wenn ich jetzt zu Drehs bei ProSieben oder Tuff komme, meine liebsten Drehs sind, ich weiß, ich kenne meine Moderation, weiß, was ich spreche, red das nochmal kurz mit dem Team durch, Live Show ab, Kamera an, let's go. Das sind meine liebsten Drehs. Ja, ja, aber das ist genau der Punkt, weil je mehr du dich damit beschäftigst, umso mehr findest du Fehler in deinem eigenen Leben, wo du dir denkst, das könnte ich outsourcen und könnte ich mein Business schneller wachsen lassen. Schau da mal die ganzen, die ganzen super, like Elon Musk, glaubst du wirklich, dass der irgendwas macht, was nicht high, wie sagt man, profitability hat? Der macht nur die 10er Level Tasks, der macht keinen 1er Level Tasks, der outsourcet alles andere. Jeff Bezos genau das gleiche. Das heißt jetzt nicht, dass die, wie die angefangen haben, nicht alles gemacht haben oder Gas gegeben haben, nur ab einem gewissen Zeitpunkt musst du einfach outsourcen, damit du weiter wachsen kannst. Ansonsten bleibst du dort hängen, wo du bist und ja, und es gibt einfach Menschen, die sind besser in irgendwas anderes. Das beste Beispiel ist ein Film, ein Hollywood-Film. Stell dir vor, der Schauspieler sagt, ich will der Produzent, der Director, der Make-up Artist, der Editor, der Produ... Nie im Leben wird der Film fertig und der Film wird ausschauen wie, weiß nicht, das haben wir doch gemerkt, wir haben darüber gesprochen, über das Projekt, was wir im November, Dezember gemacht haben. Also wir haben ja auch gesagt, wir machen mal auch eigene Formate, probieren uns da ein bisschen aus, haben da relativ schnell Schuss gemacht, wo wir gesagt haben, okay, lass es uns einfach mal machen. Da hast du schon mit dem Mann in den Finger da gestanden. Jungs, überlegt euch ganz genau, weil ihr habt jetzt ein kleines Team. Ich komme ja selbst vom TV, vom klassischen TV, wo ich es gewohnt bin, dass ich einen Redakteur dabei habe, einen Tonmann, einen Kameramann, also die komplette Crew für alles, Make-up Artist, Stylist, alles, aber, und habe auch schon verschiedene Formate selbst gedreht, aber in dem Fall hatten wir halt noch ein kleineres Team, einen in dem Fall eher unerfahreneren Videografen und im Endeffekt ist alles bei mir hängen geblieben, von Casting der Leute bis hin zum Konzept der Show, dann der Regisseur am Set, ich habe Licht mitgesetzt, ich habe Ton mit überprüft, wir hatten gleichzeitig noch koordiniert mit der Location vor Ort, die plötzlich zu uns sagen, ihr habt jetzt doch nur eine Stunde statt acht. Was? Perfekt, okay, hey, währenddessen habe ich noch mal kurz Koordinator gespielt, Guest Relation mit den Leuten, geht es euch auch gut? Okay, Cut, Action und parallel versuchst du ein neues Format heranzubringen und das Geile war, jetzt können wir mal direkt zum Jan kommen, ich natürlich, kenne den Jan Verborg, einer der talentiertesten Videografen, der auch schon Film, Fernsehen gemacht hat, Nike und wo habe ich ihn kennengelernt? Bei dir in L.A. Es ist dein Videograf, und ich weiß, wie krass der ist. Ja, also, mein Videograf, es war die Geschichte, ich glaube, wir holen wirklich einmal in den Podcast rein und dazu er die Geschichte erzählen, war wirklich eine geile Geschichte, aber er ist einfach, das habe ich an jeden immer gesagt, er ist einfach ein Gott, wenn es um Cinematography und Editing kommt. Wie ich mit ihm gearbeitet habe, wir waren ein Zweierteam. Ich war vor der Kamera, er war hinter der Kamera und ich habe gesehen, was er so drauf gehabt hat und ich habe gesagt, weißt du was, ich vertraue dir blind, ich sage dir jetzt nicht, nimm den Engel, nimm den Engel, mach was du willst und schauen, was rauskommt. Und weil ich ihm den Freedom gegeben habe und nicht gesagt habe, ich weiß alles besser, ich habe gewusst, er weiß alles besser, weil er weiß, wie er die Kamera einstellen muss, welcher Engel gerade geil ausschaut, ich sage, bitte mach. bombastisch, richtig, den geilsten Content habe ich mit mir angerät, muss ich sagen, war wirklich Geist auf der ganzen Welt. Auf jeden Fall, sagt, ich habe nämlich in Sven gesagt, Herr, bitte pass auf, das hört sich schon sehr stressig an, Gesundheit und weiß nicht, ob das dein Projekt was wird, weil du machst gerade zehn verschiedene Jobs. Du machst gerade zehn verschiedene Sachen, das hört sich schon so an, als kannst du überall nur zehn Prozent reinstecken, wird nichts. Aber ich wünsche dafür Erfolg. Dann habe ich gesagt, na, war alles geil, war alles geil, bombastisch. Sag ich, geil, dann schick rüber mal das Format. Na, das schneide ich jetzt zusammen. Sag ich, du schneidest das zusammen? Ja. Du willst ein TV, du willst ja ein geiles Produkt raushauen, oder? Ja, ja, ja. Sag ich, dann bitte ruf ihn, übrigens, Jan, er heißt nicht Jan, ich sage immer Jan, ich habe mir das seit Jahren eingebildet, aber sein Name ist Jan. Nicht Jan. Jan. Ich habe dir jetzt auch gleich wieder Jan gesagt. Richtig stellen. Ja, weil ich das falsch gesagt habe, schon seit tausend Jahren. Nur, dass wir es jetzt einmal richtig stellen. Und, sag ich, bitte ruf ihn an und zahle ihm einfach was auch immer. Er ist einfach der Beste, er wird da was geiles zusammenschneiden. Und was hat er zu dir gesagt, nachdem er sich die Footage angeschaut hat? Du machst mir original nach, ich kriege so einen Anruf. Und ich so, ja, ja, wie geht's dir, alles gut? Und er dann so zu mir, soll ich es dir nett beibringen, oder oder, oder gleich in die Fresse ist. Sag es mir direkt ins Gesicht. Ich habe gedacht, das wird schon irgendwie passen. Also, also, wenn ich ehrlich bin, das Material, das ist komplett unbrauchbar. Unbrauchbar, das ist genau sein Wort. Unbrauchbar. Wenn du mich ehrlich fragst, ich würde es wegschmeißen. Alles. Drei, wir haben drei Drehtage gehabt, er hat gesagt, schmeiß alles weg. Das bringt gar nichts. Ich schwere, als ich das gehört habe, ich wusste auch in dem Moment, wenn der Jan das sagt, dann hat er recht. Weil ich habe auch das Material noch nicht so richtig drauf geschaut. Er hat gesagt so, ich schicke es jetzt einfach los und das wird schon passen. Irgendwas können wir schon daraus passen. Er hat gesagt, selbst wenn ich zauber, das ist immer noch scheiße danach. Er hat gesagt, das kann, also, ich kann dir jetzt irgendwas zusammenwurscheln, aber das wird kacke sein. Ja. Und das ist, wir haben das dann auch tatsächlich, also, wir haben es dann auch gelassen. Also, weil im Endeffekt, wir haben gesagt, wir wollen was Neues starten. Entweder wir machen es dann, wir verschieben es nach hinten und machen es dann später nochmal richtig. Aber, er hat uns das auch durchkalkuliert. Jungs, wenn ihr es wirklich richtig machen wollt, ihr braucht Minimum 15, eigentlich 20 und im Idealfall 30.000 Euro im Monat, damit ihr das Projekt so umsetzen könnt, wie ihr wollt. Und, aber ich muss auch sagen, auf der anderen Seite, es war mit, die stressigsten Drehs überhaupt, aber, wieder gelernt, also, ich bin niemand, der dann sagt, ah, scheiße, 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 okay, weiter geht's. Fertig, daraus gelernt, wir brauchen mehr Budget, nächstes Mal machen wir es anders. Fertig. Und der wichtigste Punkt bei dem Projekt, bei dir, war einfach, und es war gut, dass wir es jetzt einmal, einmal gemacht hast, weil ich habe es da, weiß ich nicht, hundertmal gesagt, bevor du gestartet hast, aber man muss einfach selber durchgehen, man muss selber erleben und dann einfach sagen, nein, ich kann das eh alles selber und jetzt weißt du aber, ey, wenn ich outgesolst hätte und ich hätte einen Job übernommen, nämlich, den ganz oben, der über alles drüber schaut und ich bin einfach der Koordinator, aber ich brauche mich nicht kümmern um, hörst du den Bohrer? Am Dach? Naja, halb mal kaum. Okay. Wenn du dich nur ums Koordinieren kümmerst und nicht sagst, du bist jetzt Make-up Artist, Boom Guy, Light, like, für die Lichter und der Cinematographer und noch mit dir, das Coaching mit Acting und so weiter, dann wird das Projekt wahrscheinlich irgendwann einmal gut sein, wenn du nur eine Position übernimmst und nicht zehn. Ja, vor allem, ich bin ja eher der kreative Part, also normalerweise brauchst du da selber irgendwelche, allein schon Setrunner, die die Leute begrüßen, die jemanden, vor allem Casting, so eine Herausforderung, vor allem, ich kenne ja genug Leute, die neben mir in der Redaktion gesessen haben und das war ihr einziger Job war, für die TV-Show, die richtigen Leute zusammen zu gasten. Das ist einfach ein einzig, das ist ein Full-Time-Job, wirklich, das sind so viele Rückgespräche, ja, interviewst du, du brauchst so viel Zeit dafür. Ja, ja, ich würde gar nicht jetzt unterbrechen, Gott sei Dank haben wir relativ viel in den Podcast jetzt schon oder in die Episode rein gebracht. Ich bin zu Hause und wir machen gerade ein Roof-Repair und die Arbeiter haben gerade eine Stunde Pause gemacht und die haben jetzt frühzeitig die Pause beendet, weil eigentlich hätten sie jetzt noch 17 Minuten, aber wahrscheinlich sind sie fertig und die sind schon wieder am Arbeiten und ich will jetzt nicht die Episode zerstören, weil man ab jetzt dann hören wird, aber das Gute ist, das macht die Episode rum. Wir haben vorhin angefangen mit, wenn du ein großes Haus haben willst, dann sind die ganze Zeit Reparaturen da, jetzt sind die Reparaturen da, jetzt steigen wir aus. Vielen Dank.